Tudor stellt mit dem neuen Black Bay Diver 41mm eine komplett neue Generation von Black Bays vor und zeigt gleichzeitig, was uns so in Zukunft erwartet. Und es hat sich einiges geändert. Die neue Black Bay ist gleichzeitig auch näher dran an der alten, originalen Oyster Prince Submariner. Das sieht man vor allem am Zeigersatz. Wir haben eine Schneeflocke weniger. Früher hatte der Sekundenzeiger eine Schneeflockenspitze, heute ist es ein Dollypop Zeiger und auch der Minutenzeiger wurde angepasst zu einem Stiftzeiger. Ich finde diesen Zeigersatz wirklich passend und irgendwie gerät dann auch nach wie vor der Stundenzeiger so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt. Und auch kronentechnisch sind wir näher am Original Vorgänger. Wir haben keinen bunten Tubus mehr. Die Krone an sich ist griffiger und näher am Gehäuse, was dem Look im Großen und Ganzen aber auch wirklich gut tut. Und wo wir gerade vom Gehäuse sprechen, das ist endlich flacher geworden. Viele haben es sich gewünscht. Tudor hat es 2023 wahrgenommen und die Tudor Black Bay dünner gemacht. Und auch bandtechnisch hat sich ein bisschen was geändert. Früher gab es die Black Bay Diver Modelle am Stahlband, dem Nietenarmband, am Lederband und am NATO-Band. Mit der neuen Generation haben wir nach wie vor das Nietenband mit Tefelschließe, dann aber auch ein fünfgliedriges oder ich sag mal Jubilä-Style-Band oder die Wahl eines Kautschukbands. Jubilä und Kautschukband kommen natürlich auch mit dem Tefelsystem in der Schließe einher. An meinen 18,5 cm Handgelenken trägt sich der neue Black Bay Diver übrigens hervorragend, vor allem am neuen fünftgliedrigen Armband. Das ist ein Jubilä-Style und es hilft einfach, den Tragenkomfort inklusive dem neuen Gehäuse noch mal zu verbessern. Und ich glaube, das wäre auch meine Wahl, wenn ich Richtung neuen Black Bay Diver gehen würde. Abgerundet wird das Paket dann mit dem neuen Inhouse-Werk, was Latest & Greatest von Tudor bietet. 15.000 Gauss, Metas zertifiziert, für den Vorlauf, reinen Vorlauf reguliert. Und ich finde, das macht die aktuelle Black Bay Diver 41 zum richtig interessanten Paket. girls tych nicht mehr es ja 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 ja